Kapitel 20 Am letzten Hogsmeade-Wochenende war Hermine zusammen mit Ginny einkaufen gewesen. Natürlich hatten sie nach Kleidern für den Halloween-Ball gesucht. Hermine hatte sich ein schneeweißes, bodenlanges Kleid gekauft und dazu zwei Flügel, die sie um den Rücken schneiden konnte. So würde sie als Engel gehen. Ginny hatte sich ein stichtes grünes Kleid gekauft und eine grüne Maske. Sie würde als Kobold gehen, auch wenn man es nicht auf den ersten Blick erkannte, aber das Kleid stand ihr richtig gut. Die beiden Mädchen grinsten sich an, nachdem sie nach stundenlanger Arbeit endlich Haar und Make-up so sitzen hatten, wie sie wollten. Dann gingen sie immer noch grinsend aus dem Schlafsaal in den Gemeinschaftsraum, wo Harry schon auf Ginny wartete. Wow, du siehst wunderschön aus! Harry grinste Ginny an, die sich sofort in den von Harry angebotenen Arm einhakte. Danke, grinste sie und wurde etwas rot um die Nase. Hermine lächelte auch und ging dann den beiden hinterher. Du siehst übrigens auch nicht schlecht aus, Hermine, sagte Harry, drehte sich zu Hermine um und grinste sie an. Danke, Harry. Schweigend gingen die drei zur großen Halle. Auf dem Weg dahin trafen sie viele Schüler, die sich alle verkleidet hatten. Bei ein paar hatte Hermine sogar Schwierigkeiten, sie zu erkennen. Sag mal, wo ist eigentlich Ron? fragte Hermine Harry. Sie hatte ihn nicht gesehen. Ob er überhaupt zum Ball gehen würde? Immerhin wollte er eigentlich mit ihr dorthin gehen. Der wollte nicht kommen, ich denke, er ist immer noch sauer wegen Malfoy, sagte Harry und zuckte mit den Schultern. Hermine nickte und konnte ein kleines Schuldgefühl nicht unterdrücken. Aber Ron war selbst schuld. Hermine wollte sich ja mit ihm vertragen und er hatte sie abgewiesen. Seufzend blieb Hermine am Ende der Treppe stehen und schaute zu, wie Ginny und Harry die große Halle betraten. Sie schaute sich um, konnte Draco aber nicht finden. Sie war zwar etwas früh dran, aber Draco war bisher auch immer überpünktlich gewesen. Hermine lehnte sich gegen das Geländer und beobachtete die Schüler, die an ihr vorbeigingen. Hallo, mein Engel. Erschrocken drehte sich Hermine um und schaute auf einen perfekt als Dämon verkleideten Draco. Dunkelrote Hörner schauten aus seinem schwarz gefärbten Haar heraus und zerfetzte schwarze Flügel zierten seinen Rücken. Dazu trug er ein schwarzes Hemd und eine schwarze Hose, die einige Risse aufzuweisen hatte. Wow! Sieht so aus, als hätten wir uns abgesprochen. Du als Dämon und ich als Engel. Sagte Hermine und ergriff Dracos Hand. Er hatte sich selbst die Fingernägel schwarz lackiert. Ja, du Gryffindor-Engel und ich Slytherin-Dämon. Lachte Draco. Ich muss sagen, schwarze Haare stehen dir, auch wenn du dadurch noch etwas blasser wirkst. Meinte Hermine, als sie auf dem Weg in die Halle waren. Keine Angst, morgen sind sie wieder blond. Und die Blässe ist ja auch gewollt. Ich bin immerhin ein Dämon. Grinste er und sie beide traten durch das Eingangstor. Die Dekoration überraschte sie nicht mehr. Immerhin hatte sie diesen Ball zusammen mit Blaze geplant. Aber die ganze Atmosphäre war einfach unglaublich. Das Fest hatte schon begonnen. Und so war die Tanzfläche schon mit allen möglichen Schauergestalten gefüllt. Los, lass uns tanzen! Lachte Hermine und zog Draco hinter sich her auf die Tanzfläche. Die beiden tanzten eine Weile zu der Musik von den Schicksalsschwestern, bis sie beschlossen, sich etwas zu trinken zu holen. Mit ihren Gläsern in der Hand setzten sie sich zu Harry, Genie und Neville an einen Tisch, die sie zufällig gesehen hatten. Die fünf lachten gerade über einen Witz, den Harry erzählt hatte, als ein kleiner Junge an den Tisch trat. Draco Malfoy, fragte er und schaute Draco an, der nur nickte. Ich soll dir sagen, dass du zum Astronomie-Turm kommen sollst, sagte der Junge schnell und wollte schon wieder gehen, als Draco ihn am Ärmel wieder zurückzog. Wer hat das gesagt? Fragte er und der Junge zog nur mit den Schultern. Er war verkleidet. Ich habe ihn nicht erkannt, aber er war ungefähr so alt wie du. Damit ging der Junge endgültig davon. Ich habe ein schlechtes Gefühl dabei, Draco. Geh lieber nicht, meinte Hermine sofort. Ich denke, Hermine hat recht. Bleib lieber hier, meinte auch Harry. Nein, ich werde gehen. Ich habe das Gefühl, dass das Treffen wichtig sein könnte. Würdest du mich begleiten, Hermine? Fragte Draco und Hermine nickte etwas missmutig. Ihr gefiel die Situation nicht. Sie wollte lieber die Party genießen, aber ohne Draco konnte sie das auch nicht. Besonders, wenn sie nicht wusste, was los war. Also stand sie schnell auf und ging mit Draco wieder los. Sie kämpften sich einen Weg aus der tanzenden Menge und gingen in die Richtung des Turmes. Warum ausgerechnet der Astronomie-Turm? Überlegte Draco auf dem Weg dahin. Ich weiß es nicht, aber der Turm ist wohl in deinem Schicksal verankert. Murmelte Hermine und die beiden dachten an die Ereignisse im sechsten Schuljahr. Bleib du lieber hier, sagte Draco am Anfang der Wendeltreppe. Ganz sicher nicht. Wieso hätte ich denn sonst den Weg hierher zurücklegen sollen? Brummte Hermine und schob sich an Draco vorbei. Dieser seufzte und legte schnell einen Unsichtbarkeits-Tauber auf Hermine. Diese schnaubte entpört, als sie es merkte, unternahm aber nichts dagegen. Also dann schauen wir mal, wer mich jetzt unbedingt sprechen wollte. Flüsterte Draco und ging die letzten Stufen der Treppe empor. Flüsterte Draco